Hallo zusammen, ich bin Alexander Lacy und wir machen heute unser letzte Training vor unserer Tournee. Ich zeige euch, wie ich mit den Big Cats spreche. Mit den Big Cats haben wir drei Sprachen. Der erste ist Wurzsprache. Komm hier, good boy Kashmir. Und dann mit dem Guider haben wir Seichensprache und Anfassensprache. Ich mache es so bei der rechten Schulter. Und das ist die Sprache für Kashmir zum Laufen in diese Richtung. Wenn ich mache es so bei der Po, das ist für sitzen. Bitte schön, Kashmir! Und die Tiger nicht attackieren. Warum? Das ist nicht für meine Sicherheit. Das ist nur für Seichensprache. So, das ist für Kashmir. Jetzt Kashmir geht an Platz. Bitte klatschen noch mal für Kashmir. All right, Kashmir.